ARD Text im Auftrag von Funk Deswegen stelle ich mich jetzt vor dieser Wand und zeige nur die Textur Für eine halbe Minute lang Geil So, also So Jay, welche Etage kann ich haben? Hadi hat keine Eier Wer hat gesagt, ihm ist es egal? Mir ist es schnell egal Es war so geil, so Ich bin gerade die Leiter runtergeklettert, dann fragst du, welche Etage kann ich haben? Er guckt nach unten, ich gehe immer die Leiter weiter nach unten Keine Antwort, er guckt immer weiter Guckt man sich genau so richtig zu vorstellen Jetzt muss ich mal kurz was ausprobieren Slash Slash Usaren 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 Flip Ist der Flip Er ist der Flip Usaren 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 Flip Er macht alle Ich glaube, Christians Mikro ist irgendwie kaputt oder so Der hat die ganze Zeit schon nichts gesagt Was soll ich denn noch sagen? Ah, jetzt ist er Aber du konntest das lesen, was ich hier geschrieben habe Ja. Okay. Oje. Flip a coin! Lass uns in den Nether gehen! Ich höre mich auch die ganze Zeit, beziehungsweise ich höre eigentlich alle Leute doppelt über Hadi. Durchgehend. Ich nicht. ECHO! 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 Hadi, du bist so ein Oberwachter. SCHNEIKKOPPE! Warum? Ja, sag doch nochmal, du weißt doch nicht. Weil du doch endlich mal die Dings runterstellen. Egal. Ja, ich mach mein Mikro leiser. Äh, mein Headset. Boah, ich glaub hier ist gerade ein Großeinsatz, bei Peter ist alles abgebrannt, sagst du? Ja voll. Wait, what? Oh, ich hör's auch, ich hör's auch. Also der heutige Inhalt dieser Aufnahme wird sein, Diamanten zu fangen. Haben wir doch Diamanten? Nein. Wird es Diamanten zu fangen? Haben wir doch welche? Okay, dann muss ich sie wirklich farben. Scheiße, dann muss ich an Diamanten farben gehen, das ist aber ärgerlich. Ja, Hanni, was ist denn mit unserem Getreide? Ja, was soll damit sein? Du kannst halt ja mal Renewen. Was heißt denn Renewen? Ja, mal, ich weiß, was soll damit denn sein? Du kannst das gerne abfarmen und dann darfst du's auch gerne wieder neu pflanzen, wenn du das möchtest. Farm? Ach, ich darf das jetzt machen? Ja, ich muss jetzt Diamanten farben gehen. Warum musst du denn Diamanten farben gehen, Hardy? Weil ich jetzt Diamanten farben gehen muss. Ja, warum musst du Diamanten farben? Ja, weil ich Diamanten farben muss jetzt. Ja, wofür willst du den haben? Ja, das ist voll wichtig. Wir brauchen mittlerweile mal Diamanten ausrüstung, weil wir ja leisam verzaubern können. Ach so. Wir sind ja fertig. Aha, aha. Jetzt nehme ich gerne mal eine Spitzhacke mit... Oh ja, dort schon oder so. Kann ich verstehen, ja. Hallo, Creeper. Müssen wir Angst haben? Na, ihr müsst auf jeden Fall Angst haben, weil wir schon so viele Diamanten gefunden haben. Oh, er will nicht raus... Er will sich nicht in die Luft sprengen. Na dann. So. Ach so, da muss ich... Ach so, da muss ich... Wir gehen der Shit denn hier nochmal. Ich sende dafür, dass Hardy dein Getreide wächst nicht. Hast du nicht vernünftig gedüngt? Wie, das wächst nicht. Das muss wachsen. Da ist alles voll mit Leuchten. Du hast nicht vernünftig gedüngt. Dann dauert das halt ein bisschen. Mensch, du bist voll unfähig, was den grünen Daumen angeht. So. Erster Gegenstand fertig. Wie geil die Kühe aus der Fensterscheibe gucken nach draußen in die Freiheit. Kann man bei Sims eigentlich auch wieder irgendwie geile, geile, geile Gartenkräuter und so weiter anbauen? Wisst ihr das? Habt ihr schon herausgefunden? Oder nein? Äh, ja. Ich muss Hans irgendwelche Sachen anbauen. Allerdings... Du kannst ja so komische Pflanzen ernten. Nice. Was denn für komische Pflanzen? Keine Ahnung. Achso. Äh, ja. Ich hatte das nur kurz gesehen, dass du die anklicken kannst und die irgendwie pflücken kannst. So, was braucht ihr denn jetzt hier alle? Jeder, was machst du da? So. Ich stelle... Ich baue unseren Raum um. Für? Naja, das letzte Mal war er in den Aufnahmen zu sehen, glaube ich. Bloß ich dir die Möglichkeit geben Netherwarzen zu haben. Ja, vor allen Dingen ist da unsere Kiste mit 42 Diamanten drin. Ja, aber... Sie haben doch immer gespielt, dass wir nicht klauen. Ja, also wie ihr nicht zerstört. Was? Wunden zerstört? Haben wir denn zerstört? Ja, bitte. Jetzt komm mal raus, Sepp. Jetzt komm mal raus. Unser Getreide. Ja. Ja. Jetzt tun wir den ja nicht so, ja? Wollen wir doch Wagen zerstört? Das Getreide war für den optischen Zweck und das ist einfach alles kaputt gemacht. Wo fängt man an? Wo hört man auf, wa? Ich glaube, ich glaube, ich gehe jetzt einmal rüber zu Mongos Stadt und werde einfach die ganze Zeit über die Getreidefelder springen. Einfach nur die ganze Zeit. Ja, kannst ja machen. Kannst ja machen, Jay. Mal gucken, wie lange der drüber ist. Oder musst du die doch zwischendurch wieder aufstellen, Jay. Ja, das stimmt, das ergibt doch keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Wir haben hier einen Schweinemensch bei uns in der Base. Ja, ich weiß, das ist Rudolf. Hi Rudolf. Der Schild hier mit mir ab. Ja, Rudolf mag keine Melonen. Der hat schon die ganzen Melonenpflanzen auseinandergenommen hier. Oh, guck mal, direkt drei Diamanten gefunden. Dann gib ihm auf die Fresse. Nein, ich will ihm nicht auf die Fresse geben nachher, ne? Ja, ich weiß. Nachher gibt es böse, böse Schweinemenschen. Nachher gibt es ganz böse, böse, böse Schweine. Was ist denn das hier? Itemfilter? Ey, das hört sich gut aus. Unsere Drohen sind übrigens voll. Die müssten wir an der Forry mal leeren, sonst schmeißt er hier alles durch die Gegend. Oh je. Wie konnten wir jetzt nochmal diese scheiß Pistons bauen? Ich will ja vergessen. Das kann ich nachher machen, wenn ich hier meine Anlage getestet habe, aber... Die ist schon voll. Pistons? Wir haben noch welche, wenn du welche brauchst. Wow! Holy shit, Bo. Gitteschön. Einige Scheiße sind genug. Bye bye. So liebe Zuschauer, das was wir jetzt gerade hier machen, das dient einem höheren Zweck, ja? Jawohl. Ohohoho. Ohohoho. Einem höheren Zweck. Aber du kannst doch sagen, dass du träumen willst. Ist doch kein Problem. Ich meine, da freut sich doch dann jeder drauf. Ich freue mich da ehrlich gesagt auch drauf. Aua! Anja hat es doch schon gezeigt. Da hab ich mich bei jemandem doppelt gehört. Wo ist das Scheißvieh denn? Da kommt doch her, Alter, wenn du den Augenblick auf die Fresse willst. Es ist so angenehm, mal wieder unleckend Minecraft zu zocken, ne? Also mit 60 Frames. Tatsächlich. Ja, mein PC schafft das leider nicht. Und das hat man leider auch in den Aufnahmen gemerkt. Oh fuck. Ist doof. Jo? Wie konnte ich dir jetzt nochmal die Pistons anmachen? Okay, dann hab ich das und das und das. Wollt mal, wieso haben wir denn, wieso haben wir denn Moss Stone? Das hat nicht nur bei... Wollen wir für ein Stein? Dann... Moos Stein. Tralali. Tralala. Es dauert so lange. Ich hab ne große Frage. Haben wir eigentlich... Kaktus? Kaktus. 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 Du musst deine Möglichkeit geben, dass das schneller geht. Aber irgendwie... Du willst das nicht. Das ist süß. Jawoll, da sind Kakteen. Wuhu! Ich dachte jetzt gerade echt schon, dass jetzt alles, was wir bauen, daran scheiß, dass wir Kinder Kakteen haben. Gute, Kakteen sind jetzt nicht gerade das seltenste auf dieser Welt. Wollte das sagen. ...resources ever. Oh... Oh! Oh, oh, oh... Was hat denn hier? Sepp, machst du halt auch, machst du halt auch ordentlich damit, denn, mit dem Getreide? Ich meine, ich muss erst mal die Sortieranlage jetzt hier ans Laufen bringen und jetzt teste ich das gerade, aber irgendwie kommt das Getreide noch nicht so wirklich, bei uns in der Hütte an. Da, bei dir die Hühne, das funktioniert auch noch nicht so richtig, das Sortieren da, weil da immer Eier in dem Ofen landen. Ja warum? Weil Hadi ja irgendwann mal angefangen hat, die Scheiße zu kenden. Na aber auf jeden Fall ist ja was anderes. wie haben wir noch mal damals die piste ist gebaut also ich habe keine ahnung wir haben oben drin wir haben oben ist die piste zugebaut hat nein 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 also nein nein also ich meinte jetzt dass die funktionieren halt mit dem redstone weil die nebeneinander liegen aber dann dann wenn ich die halt nebeneinander baue dann aber wir haben fackeln darunter gesetzt rote fackeln rote das ist ein brain peter wird behalten wird länger als ein halb tag ist es ja das wunderbar was ist hier raus jetzt machen wir ja nicht immer wieder zumindest in spielen hat peter manchmal so ein fischgedächtnis nur in nur bei schlechten spielen nur spielen wo die story oder wo solche sachen irrelevant sind ich vergesse nur die relevanten nicht die relevanten ja genau so was wie quest zeit weil wir die kann interessieren ich meine da schaltet man doch voll ab irgendwie oder dann denke ich ja nicht darüber nach was da gerade abgeht grenze mit kalt ist das ist wie bei destiny ja rennen wir dahin ja genau warum ich dahin renne scheißegal ich muss irgendwelche muss entweder die vier töten oder irgendeinen punkt verteidigen wenn die vier jahren gerannt man muss irgendwo man muss sich irgendwo durch